Oh, wir müssen auf die Bomber aufpassen. Vor allem, wieso heißt die... Warum heißt das Ding überhaupt Columbia? Oh, dieses Bild ist super. Ähm... Voyager. Auf die Dinger müssen wir aufpassen. Das sind Bomber. Ich meine, ich verstehe zwar nicht, warum Piraten den Planeten bombardieren sollten, wenn sie den ständig wegen Geld und so, ne? Wäre eigentlich... ist eigentlich total dumm. Genau das meine ich. Warum? Wozu? Abgesehen davon, dass ein Kopfgeld auf die Klingonen ausgesetzt ist. Das bringt doch euch viel mehr gern, wenn ihr die angreift. Wozu bezahle ich euch eigentlich? Wahrscheinlich geht gleich das Ding... äh, kaputt. So. Ich glaube, ich werde gerade in eine Situation gedrängt, in der ich nicht sein möchte. Und zwar, dass ich zu wenig Planeten habe, um auf lange Sicht konkurrenzfähig bleiben zu können. Ja, das macht diese ganze Geschichte ein bisschen effektiver. Wo ist er aufs Kapitän Janeway? Äh, da haben wir mit dem Planeten schon wieder verloren. Geil. Dem Schiff sieht auch nichts besonders gut. Also, irgendwie mag mich die KI nicht. Jetzt... ach, Leute. Geil. Geil. Ähm... Gewinnen wir das ja dann nicht. Ah, kommt. Was kriegt ihr hin? Ihr seid nur völlig unterlegen, aber noch nicht so, dass es verzweifelt ist und so. Also macht. Bitches. Hier, du darfst sogar deine Schilde remodulieren, obwohl du eigentlich den Planeten neu kolonisieren müsstest. Ich hätte das Schiff nicht Enterprise-C nennen sollen. Das konnte ja eigentlich nur Unglück bringen. Ähm. Dauert mal so ein Ding. Ich brauche eine Sternenbasis. Das ist am besten während des Kampfes gebaut. Weil man da am besten arbeitet. Oh, ich werde die am Wasser drauf verlieren, wenn das so weitergeht. Ich muss, ich muss die, ich muss die da wegbringen. Ähm, ich glaube nicht, dass Captain Jamie das alleine schafft. Wie sieht das aus? Ich meine, ah, das könnte gehen. Ich habe ja noch die beiden Torpedoplattformen. Ist das? Dreh um, dreh um. Es ist schon mal sehr spannend, das muss man gleich dazu sagen. Äh, da ist mein Konstrukt da. Ich brauche mehr Metall dafür, aber ich kann es mir soweit leisten. Wie sieht es mit, ja, Torpedoplattform habe ich hier genug. Nur, ich meine, Schiffe habe ich hier nicht wirklich viele, aber damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. So, ich muss jetzt gucken, wie viele Credits kostet dieses Ding? 4.500. Das heißt, ich kann mir das Metall einfach kaufen. So, und das mache ich jetzt bei jedem Planeten, den ich habe. Und ich sollte vielleicht... Ach, du Scheiße. Okay, die brauchen sowas von die Hilfe einer Sternenbasis. Allein schon, um das Schiff zu reparieren. Ich meine, dieses Feuer ist extrem unrealistisch und sollte hoffentlich noch geändert werden. Was wahrscheinlich nicht wird, weil das Ganze jetzt in der... Ja, in der Dingensphase ist. In der Combatphase, aber... Ne. Das hier könnte hilfreich sein. Wie sieht es denn bei dem Planeten da drüben aus? Vier leichte Fregatten. Ach, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass meine zwei Schiffe das schaffen. Filmfarbe da. Ein Raumdock. So, na komm. Na komm, zerstör's. Die Voyager ist auf Stufe zwei. Ne, drei jetzt. Applative Panzerung. Die geht richtig ab. Alter. Ich hoffe auf jeden Fall mal überlegen, eine Technologie... Cisco rufen. Ja. Bitte. Und dann das nächste PK rufen. Okay. Alles klar. Und so reichnet es Titanium. Ähm, nein, 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 nein. Ich brauche das hier. Damit die, äh... Die Enterprise reparieren können. So, und jetzt greifen wir uns die Kegonen an. Mit allem, was sie haben, hoffentlich. Wird ja sehr viel sein, nachdem sie eine gesamte Flotte auf meinem Planeten verschwendet. Und das hier muss ich auch noch... Ach, Leute. Ich brauche auf jeden Fall... Die Lithium. War ich gerade doof, oder habe ich gerade das Lithium wieder eingekauft, das ich gerade verkauft habe? Äh. Na komm. Sobald du damit fertig bist, kannst du auch die ganze Zeit Engineering Team spammen, oder? Äh, ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Bringt das wieder einsatzbereit. Ich brauche auf jeden Fall bessere Schiffe. Das geht gar nicht sonst. Oh, und ich habe nicht genug Geld. Ich brauche mehr Geld. Aber auf jeden Fall noch verbesserte Phaser. Das wäre sehr hilfreich. Cisco rufen kann ich jetzt auch. Aber ich habe nicht genug Schiffslots. Ja, die brauchen jetzt auch, äh... Oder? Na, nur must have available Schiffslots. Ähm. Ich habe gerade einfach gar nichts von... Gar keinem. Einfach mal, äh, sammeln. Holy shit, wie sieht es denn noch mit meinem Timer aus? Ich gucke mal gerade nach. Wenn es nicht ständig aus der App rausgehen würde. Noch 23 Minuten. War ja, äh... Arik ist eigentlich die erste Folge in einer... Ja, die zweite Folge hat auch schon mal Arik ist eigentlich begonnen. Also jedenfalls gehe ich jetzt gerade davon aus, dass ich es mit 30 Minuten Folgen machen will. Weil SENS einfach ein Spiel ist, wo man Zeit benötigt. Nötigt. Ähm. Hä? Oh. Okay, ein Aufklärer. Wie sieht es mit dem Schiff aus? Na los. Wir brauchen auf jeden Fall sehr schnell wieder beide Schiffe einsatzbereit. Und auch die Defiant. Warte. Warps in the Defiant. Ja, okay. Alles klar. Funktioniert großartig. Good job. Oh, ich muss ja, äh, dazu erzählen. Ich habe, äh, noch die Modentwickler mal angeschrieben wegen einer deutschen Übersetzung. Dass ich da auch helfen würde. Also, meinen so, ja, wir haben da gerade keine Pläne. Würden sich das mal ansehen. Aber sie meinten, das wären dann irgendwie 26.000 Einträge, die übersetzt werden müssten. Das könnte schwierig werden. Aber nicht, äh, unschaffbar. Ähm. Die Defiant. Ich kann nochmal, äh, die Voyager rufen. Das wäre ein bisschen dämlich. Moment. Ich bin Captain Benjamin Sisko, der USS Depoits. Na, komm. Das ist ganz ehrlich. Wieso diesen Namen? So, und was kann das denn? Emissary. Äh, wie geil ist das denn? Haha. Voll gut. Ich müsste einfach mal ein paar von denen platzieren und dann... Okay. Okay. Was mache ich jetzt? Insufficient. Research. Okay. Wir benötigen auf jeden Fall noch bessere Schilde. Und wir benötigen eigentlich auch Passwort Phaser. Wir benötigen aber generell auch mal, äh, Kreuzer. Wie weiß man mit der Archiv... Galaxy-Klasse. Galaxy-Klasse ist wichtig. Und auch direkt die Refit. Ich glaube, die werden auch hinterher geupgradet, wenn es, äh, zu dem Zeitpunkt noch keine Refits erforscht waren, aber benötigen wir halt. So, ähm, Voyager. Wie sieht's aus? Sind da noch Gegner? Erzähl mal. Da ist gar nichts. Alles klar, den Planeten hole ich mir. Ähm, so, was ich noch benötige? Wo ist es? Das müsste irgendwo bei... Jupiter R&D. Ja, interstellarer Handel. Dass ich meine Sternbasen damit ausstatten kann, dann funktioniert sie wie eine Handelsstation. Deshalb mache ich das, äh, nicht am Anfang, sondern erst später, wenn ich, äh, Sternbasen und Außenposten habe, damit ich da wieder ein Netz halt bauen kann. Die benötigen nämlich keine, äh, logistischen Slots. Und kann man dann halt, äh, erst mal am Anfang stark auf Forschung gehen. Ach! Wieso? Das sind doch fünf Schiffe. Ich meine, ich glaube nicht, dass die eine Gefahr sind, aber... Ja, vor allem, weil sie beschädigt sind. Aber ich frage mich echt, wieso die nicht angezeigt wurden. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm. Ich muss auch konstant aufpassen wegen Romulanern von der Seite. Ich muss wirklich mal eine Sternbasis hier bauen, aber... Es wird schwierig, Alter. So, na... Ich hoffe, dass der neue Handelsposten meine Credits-Einnahmen ein bisschen erhöht. Aber viel wird da nicht rauskommen. Also ich glaube, da gewinnen wir gerade. Wie sieht's hier aus? Äh, was ist das hier? Self-Capticating Mine. Also ich bin mal gespannt, wie gut die Dinger funktionieren, weil ich glaube nicht, dass die so geil sind wie beschrieben, weil wenn doch, wäre ein Minenfeld aus denen praktisch nicht überwindbar. Außer, es gibt irgendeine spezielle Fähigkeit, mit der man die loswerden kann. Ob ich dazu sagen muss, wenn es so eine Fähigkeit gibt, bezweifle ich, dass die KI schlau genug ist, um sie anzuwenden. Aber sowas bin ich immer skeptisch. Was ist das hier überhaupt für ein Schiff? Na, das könnte noch aus dem originalen Synth sein. Na komm. Nicht genug Antimaterie. Ähm, ja. Alles klar. Wie sieht's überhaupt aus mit Level-Ups? Also irgendwie verrät das Spiel einem nicht mehr so wirklich, wenn es ein Level-Up gegeben hat, deshalb... Ah, das sieht gut aus, aber ich glaube nicht, dass ich es mir leisten kann. Da... Alles klar. Okay. Ich bauche mehr Metall. Ich kaufe jetzt einfach mal Metall. Und baue hier meine Sternenbasis. Damit auch mein Heimatplanet geschützt ist. Was? So Großkampfschiff. Keine Großkampfschiff-Besatzung. Ja, geil. Das wird jetzt aber auch den, äh, ja... Den Flottenunterhalt, den ich bezahlen muss. Das ist jetzt so ein bisschen doof. Da sollte man auch seine, äh, Flottenkapazität nicht weiter ausbauen, als man halt gerade braucht. Ah, nein. Da. Hey, sag mal, das ist zwar ein klasse Endplanet, aber das heißt nicht, dass ich alles erlauben kann. Ich kann mir nicht Krösus. Ich muss ein Imperium aufbauen. Apropos, ich sollte vielleicht mal speichern. Ich bin jetzt kreativ und nenne es so. Okay, macht mal einen Angriff auf die Klingonen. Ich habe Befürchtung, wenn ich das, äh, wenn ich die Gegner zu leicht einstelle, werden, äh, die von den Piraten erledigt. Das ist mir mal passiert. Deshalb der Spielstand, scheiß Piraten. Da haben die einfach mal meinen Job gemacht. Danach habe ich die Piraten ausgelöscht. Ganz ehrlich, ich war so angepisst. Die haben mir den ganzen Spaß versaut. No tactical slots available. Ja, 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 ja. Bitch. Geht nicht. Äh, Trade Facilities, ja. Benötigen wir. 9% unserer Credits gehen direkt schon mal an die Flotte. Da könnte ich mir eine Besserung, eine Besserung, eine Galaxy holen, aber kann ich mir, wie gesagt, auch nicht leisten. Wie sieht es da mit Einkommen aus? Einkommen mal bitte ein bisschen erhöhen. Ich habe mehr, äh, die Lithium als alles andere. Ich meine, ich muss den Planeten hier erstmal sichern, bevor ich noch mir den anderen hole, da drüben. Hier, der hier, der hier ist ja sowieso, der ist schön abgeschlossen. Der macht für die Lithium, äh, ist, ja, abgestürzt. Geil. Sogar die Frachter-Modelle sehen sehr geil aus, muss ich sagen. Äh, ich mache mal gerade auf 8-fache Geschwindigkeit, um Ressourcen zu sammeln und generell so ein bisschen, ne, und so Sachen. Und, äh, bitte Schilde mal ein bisschen verbessern. Ich habe den Eindruck, meine Schiffe hatten das gar nicht aus. Oh, Excalibur-Prototyp. Das wäre vielleicht mal sinnvoll. Im Fall benötigt hier auch eine, äh, Schiffswerft. Kann ich? Nicht genug Tritanium. Es wäre aber absolut hilfreich, die, äh, Fabrik dafür schon zu haben. Wenn ich das Schiff bauen kann. Ich möchte recht schon mal einen Vorteil. Ähm, hm, 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 hm. Dieser Planet hat einen... Ach, scheiße. Ich brauche Metall, Bitches. Ich benötige Metall. Ich habe doch dieses... Ich habe doch diese eine Fonds schon noch gar nicht gemacht, oder? Ja, die hier. Und die hier bitte auch. Ich benötige richtig verzweifelt Metall. Heißt, dass ich aus allen Rohstoffvorkommen, an die ich drankomme, alles raus wollen muss. So sieht es bisher aus. Ich kann... Leider keine Ahnung, wie es mit den anderen Planeten aussieht. Ich sollte vielleicht noch mal ein paar Aufklärer losschicken. Titan kann ich noch gar nicht bauen. Brauchen wir mal die Galaxy. Ja, ich habe den Planeten. Voll geil. Ich schicke die Flotte wieder zurück. Ich habe den anderen, dass irgendwer sich diesen Planeten holen möchte. Irgendwas sinnvolles, was ich noch erforschen kann. Ja, ich habe diese ganzen Schiffstypen, aber ich finde eigentlich Schiffstypen nicht so interessant. Das hier wäre gut für meine Torpedo-Plattform. Ähm, Utopia-Typ, bitte. Und noch zwei Dilizium-Extraktoren. Meine Dilizium, hallo. Dilizium ist richtig... Dilizium habe ich kein Problem mit, aber... Metall. Das ist eine seltsame Situation, weil ich habe bis jetzt immer nur, äh, Dilizium-Probleme gehabt, aber mit Metall war ich nie ein Problem. Das muss ich natürlich jetzt ein bisschen umdenken, weil normalerweise wird Dilizium-Mengen jetzt nicht so wirklich groß gebraucht. Dafür bekommen wir uns auch in kleineren Mengen. Deshalb... Muss ich halt jetzt gucken, dass ich damit auch ein bisschen handele. Äh... Bring ich mal die Forschung für meinen Titanen. Starfleet. Station complete. Research complete. Research complete. Station complete. Ich überlegte diesen Planeten erstmal gar nicht zu schützen, weil ganz ehrlich, wenn dieser Planet hier fällt, dann... ...habe ich sowieso ein Problem. Abgesehen davon... Ich muss diesen Planeten noch dringend mit einer Sternenbasis ausstatten oder einem Aus... Wobei, nee, eine Sternenbasis, der liegt an der Grenze. Diesen Gegner. Ähm... Da haben wir mal so ein Ding. Oh, ich habe hier... Musashi. Ach Leute, hört doch mal mit euren Namen auf. Sieht auch schon mal sehr geil aus. Photon-Torpedo-Salve. Okay. Du gehst zur restlichen Flotte. Ich glaube, den Titanen, wenn ich ihn habe... ...lasse ich erstmal bei dem Heimatplan helfen. Ich glaube, die Romulana werde ich auch als erstes ausschalten, weil... ...falls ich die hier ausgeschaltet bekomme. Das könnte noch ein bisschen dauern, Leute. Ja, Diplomacy ist mir ziemlich egal. PK rufen wäre vielleicht eine gute Idee. Wie lange dauert es? Also, wie kann ich... Alter. Also, rohstofftechnisch würde ein Titan sehr reinhauen, aber... ...wenn ich ihn habe, kann ich damit meine Heimatwelt auch sehr gut verteidigen. Mal, ich glaube, ein Titan und eine Sternenbasis... ...plus eine Torpedo-Plattform... ...ist eigentlich sehr sicher. Ach, Metal, mal wieder. Bau den scheiß Titan und... ...wie sieht es mit meiner Flotte aus? Noch ist... ...die Enterprise nicht da, so wie ich das verstanden habe, oder? Doch, jetzt schon. Hallo. Sieht schon sehr geil aus. Okay, das ist ein ganz richtig... Ich würde mir sehr gerne diesen Planeten da holen, weil mich stört das sehr, dass die da sind. Dann müsste ich diesen Planeten auch nicht mit einer Sternenbasis ausstatten. Ich benötige bei dann eine größere Flotte im Allgemeinen. Und dann könnte ich auch den Titan für den Angriff benutzen. Ich müsste aber erstmal wissen, wie es da so gegnertechnisch aussieht. Und ich möchte diesen Planeten auf jeden Fall besser verteidigt wissen. Wer ist die Enemie? Was? Was? Ich wollte schon sagen, mein Titan ist noch nicht fertig. Ich löse vielleicht aber auch meinen, äh... Ich habe doch meinen Sternenbasis-Konstrukteur. Ich sollte den vermutlich hier hinschicken, das wäre besser. Wenn ich meine Flotte da abziehe, muss da eine Sternenbasis hin. Ähm, vor allem, ich habe doch hier einen Aufklärer gebaut. Wie wäre es denn, wenn du mal... ...dahin gehst? In der Zwischenzeit gehe ich immer auf 8-fache Geschwindigkeit, was die Frame-Mate ein bisschen... ...runter gehen lässt. Aber, Alter... Ist das... Nee, oder? Die hatten die ganze Zeit ihr Kolonieschiff hier und haben das Ding nicht besiedelt? Und die haben ihren Vater auch abgezogen? Are you fucking serious? Also, das ist jetzt, glaube ich, ein klassischer Fall von... ...ja, KI-Dummheit. Weil, wirklich, den Planeten hätten sie sich nehmen können. Äh, Sternenbasis. Aber sowas von. Periode werden trotzdem nicht geändert. Ich hole mir trotzdem diesen Planeten. Wie lange soll das... Wie lange dauert das überhaupt? 321 Sekunden. Ja, das sind über 5 Minuten. Ich benötige vielleicht auch mal, äh... ...verbesserte Phaser. Ah, und das hier verbessert Sternenbasen, die Define-Klasse und, äh... ...Peregrine-Fighter. Werden die so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall... Die Galaxy kann keine von denen tragen. Okay. Äh, was ich auf jeden Fall machen sollte... Wieso habe ich das noch nicht ausgebaut? Ich benötige... ...eine... ...eine... ...eine Com-Array, weil... ...hier meine Kultur zurückgedrängt wird. Und... ...ich benötige noch eine Militärforschungsstation, damit ich wirklich alles erforschen kann, was es gibt. Vielleicht sollte ich dann auch... ...kann ich dann auch PLK holen? Dann habe ich auch alle drei Helden. Mein Titan und... ...ja, ein paar Schiffe. Ich dachte, ich müsste noch ein paar neue Sabres bauen. Äh, man will sich nicht hinsetzen... ...um diesen Planeten da drüben zu übernehmen, aber... ...offenbar nicht. Ich musste nur absichern. Legions 90%, ja. Wieso hat er es nicht gebaut? Aha. Nicht genug von allem. Ah, jetzt! Okay. Er hatte nicht genug Rohstoffe, aber er hat erlaubt, dass ich den Bauvorgang setze. Wie soll ich mit dem... Ah, jetzt baust du das Ding endlich. Alles klar. Schnelles Internet für alle! Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Oh, der Titan ist fertig. Die Justis Potiemkin. Äh... Es ist ein Prototyp, also... ...und der... ...normalerweise eine Schiffsklasse nach dem Prototypen benannt. Oder umgekehrt. Keine Ahnung. Äh... Wo... Hä? Wo war das denn? Es gab so ein... ...Ding, womit... ...Verbündete... ...weniger Schaden bekommen haben. Ich nehme an, das ist das hier. Natürlich verbesserte Waffen. Und... ...das ist auch wichtig. Jäger. PK rufen. Aber sowas von. Ähm... ...nein. Ich würdige auf jeden Fall noch ein paar zivile Forschungsstationen. Wie sieht's in meinem Time-Aus? Der kann nicht mehr sehr lange dauern. Oh! Noch... ...fünfzig Sekunden! Ja, nutzen wir die Zeit doch noch kurz. Bevor ich meine... ...auf einmal unterbreche. Wie wär's, wenn... Ah, jetzt hast du den Planeten. Die Ressourcen möchte ich bitte haben. Wir brauchen taktische Sachen. Okay, noch zwanzig Sekunden. Ich würd sagen... ...diese Zeit nutzen wir noch ein paar Ressourcen zu sammeln. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Von diesen ganzen Scouts, wie die ganze Zeit Alarm auslösen, das nervt. Aber wenn mal eine große Flotte im Vorgarten hängt... Ah, jetzt ist mein Timer. Vielleicht hat man's gehört, ich glaube aber eher nicht. Mein Handy hat gerade verbriert. Mir ist... Mir ist... Ich hab jetzt aufgefallen, dass, äh... ...Librationsfunktionen meistens lauter sind als der eigentliche Klingelton. Und deshalb... Naja. Okay. Um es mal zu rekapitulieren. Wir haben in einer Stunde... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Planeten. Einer davon war unser Heimatplanet. Wir haben acht Militärforschungsstationen. Das heißt, wir haben... Oh, wieso hab ich das hier noch nicht gemacht? Äh... Das heißt, wir haben Zugriff auf alle Militärsachen. Wir haben ein paar Sternenbasen. Das hier sollte ich schon längst erforscht haben. Einfach mal setzen. Und wir haben einen Titan. Und, äh... Genau. Letzte Amtssammlung. Ich rufe die Enterprise. USS... Ich hasse euch so. Liebe Mod-Entwickler, wieso könnt ihr nicht wenigstens die... ...Helden benennen und denen eigene Modelle geben? Da steht gar nicht Enterprise drauf. Egal. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Eroberungen von Ultimate Spendash. Der auf seiner Reise durch diese Mod... Ach, keine Ahnung, ich bin nicht kreativ. Ich speichere jetzt... Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Star Trek Armada 3.